Wenn ihr da losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo da hast und die Glocke aktiviert. Und ihr könnt es auch teilen, wenn ihr wollt. Okay. So. Ja, aber ich darf dich nicht zeigen, deswegen. Okay. Okay. Oh, ich bin noch nie... Ich bin fertig. Ich bin noch nie auf dem Bergpapier gefahren mit dem Fahrrad. Ich fange aber nicht direkt so richtig krass an. Meine Kamera war es runtergerutscht. Hier ist noch Schlamm. Ja, ich filme gerade. Oh, Junge. Ich bin noch... Äh! Äh, das ist Gehle! Äh, das ist der Scheiße! Alter, ih! Ah, nicht schon wieder! Junge, pass auf, pass auf, pass auf! Was denn? Es riecht nach Scheiße auf jeden Fall! Das sind keine Mücken, das ist ein Fliegen! Das sind keine Mücken, das ist ein Fliegen! Frag mich doch nicht! Das ist doch keine Gille, Mann! Ich hab das nur gesagt! Weil es stinkt! Aber es ist, glaube ich, nicht das, was stinkt, Junge. Hier ist ein Bauernhof in der Nähe. Nein, das ist keine Gülle. Also, fahren wir jetzt? Ja, Junge, ich darf dich ja nicht filmen. Aber es hat sich halt ekelhaft an. Ich hab Angst, dass man das nicht sieht. Oh, es geht, es geht, es geht, es geht! Oh, nee, es geht doch nicht! Alter, ih! Es stinkt! Alter, ich dachte, es wäre getrocknet, Mann! Ich glaube nicht, dass das das ist, was stinkt. Aber, Alter, es stinkt! Alter! Da fahr ich persönlich runter. Nee, würde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Fahr da lieber nicht runter. Und ich dachte, es wäre getrocknet. Ich dachte, es wäre getrocknet, wirklich. Okay.